Wir bieten uns gerade Schutz an. Wer ist denn das? Die Dynamik. Ja, dann tut Zett Inventarantragung, den Dropdown-Feld auf den 16 an. ETC heißen die. Wie? ETC. ETC. Fährt einer vor euch mit Tempest weg? Ach, da steht jetzt der Tempest abgedeckt. Ist der von dir und von denen her? Ja, von denen ist das der. Ja, ich würde dich nicht herkommen. Ach ja. Die fragmen auch weg. Kein Stress. Ich habe halt nicht mehr viel Moni. Ne, die überfallen ihn jetzt. Eben nur 3 min 3. Ach, wirst du die überfallen? Nein, denen ist das doch nicht von denen. Wenn die den niederschlagen, ist Kampf zu nur öffnen. Record low. Wo sind die denn? Die können uns Bescheid geben, wenn irgendwas los ist, ja? Ja, vielleicht. Warte, 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 warte. Was seid ihr? 450 Meter ungefähr, will ich. Okay, jetzt lässt du ein bisschen hochziehen. Habt ihr die drei Besieger aus? Wir haben was drin, wir legen schon am Berghogen. Der Attrappe ist weg. Der Attrappe, die Arme sauer, leider. Doppelüberfallen. Das ist der Attrappe, oder wie? Okay, mit seinem Tempest hier. Das ist unser Mann. Wer will, der Mann schießen, stellt euch ehemoi bitte. Also, wir haben alle die rechts stehen. Steht euch vor euren schwarzen Truckboxer, dass wir wissen, dass das in dem, genau. Ich setz mich, ich hopp mich hier hin. Alles klar. Genau vor bin ich. Ich schieße in der Attrappe nicht. Das ist der Attrappe, oder wie? Nee, nee, der Attrappe hat keine Waffe. Er steht genau vor seinem Block und rechts liegen ihm. Vor dem Maternfall steht noch einer mit einer Waffe. Ja, der steht mitten in einer, der in offenen Feld drin, wo die ganze Zeit rumwackelt. Ja. Ander Palette. Ist irgendjemand auch ein bisschen oder so? Das ist einer von den ADC-Lonen. Okay, der ist aber disconnect, oder? Ich triff ihn nämlich nicht. Hieß sie schon? Ja. Von welchen Seite soll ich kommen? Das trifft wir nicht. Die sind alle, die haben die Heiser unten vercampt. Okay. Die sind direkt am Stahlhändler da. Wir legen auf die. Wo schaust du hin? Genau. Shift und dann link im Maustasten. Die haben halt die Häuser, oder so? Das ist genau da drüber, oder? Ja, schon mal sagen. Die sind da drin, ja. Wo ist denn dein Kumpel? Auch da drin in dem Haus. Der eine steht immer noch mit Carl Dortmund. Ist das richtig, oder? Vor dem... ...barm Tempel ist es gerade einer hinten dran. Ja, ist es ja weg. Nee, er ist jetzt tot. Er zählt doch hier noch mal. Darf ich den kriegen? Klar, aber dann erschießen die vielleicht die anderen. Der SDF hat so denig, das hast du gesagt, gell? Mal sagen, ob das noch einer? Jetzt mit dem, der nutzt die Waffe. Ich bin jetzt auch vor Ort, gell? Ja, schieß einfach auf die Left. Nee, beim schwarzen Truckbox, sondern die wollen damit hier rumstecken. Alter, ich bin Feuer. Ja. Also, ich bin gerade erschöpft oder so. Ich glaube, ich fahr dem Schwarzmann zur Seite hier. Warte mal. Ja, vor mir auf Zeit. Die, wo noch dran stiegen, kennen die, die? Ja. Die, die da dran ist. Einer möchte es bei dir Hilfe. Ja, wer ist das? Der kennt die anderen. Wer ist denn da? 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 Ah, Billy, leg deine Waffe auf den Stein drauf, dann wackelst du nicht mehr so hart. Wo ist denn der Stein? Keine Ahnung, wo du hinter dem Stein stehst? Nein, ich blick mal wieder vorne. Achso, okay. Ich bin jetzt bei der Hütte, hinterhalb von der Lagerhalle. Lagerhalle, welche die wo... Die große Lagerhalle. Also da oben laufst du rum, ja, ich glaub ich hab die gesehen. Also, vor der Lagerhalle ist doch noch so ein Oma-Tuch, da haben wir so eine Wende-Sitte und ein kleines Haus, wo gemauert ist. Also ich glaub, ich weiß, was du meinst, deswegen bin ich halt hier hingegangen. Genau, also das kleine Haus, wo gemauert ist. Weiß ich von dir aus rechts oder links auf dem Berg? Nein, direkt hinter dir auf dem Berg. Also ich bin jetzt halt hinter der großen Lagerhalle. Also in der Richtung seid ihr? Ja, genau. Ja, nein, also ein bisschen links von dir. Jetzt seid hinter dir, so wie du jetzt schaust. Links hinter dir, jetzt seid hinter dir. Direkt hinter dir, schau auf deinen Arsch. Jetzt schaust du mir ins Gesicht. Okay. Ja, nur, dass ich weiß, wann die zwei Seiten auf dem Berg sind. Ja, ich sag immer meinen Korn. Das heißt, einer muss oben noch in der Lagerhalle drin sein. Und die anderen haben... Äh, jetzt leben. Aufgeschlossen. In dem Haus. In dem Haus. Also Brothaus vor dir. In der Lagerhalle müssen angeblich zwei Leitern sein. Schuss. Was ist das du, Mikkel? Ich war's. Ich war's. Wir haben gesagt, aufhör zu schießen, weil die haben doch gar nichts gesagt, meinte einer gerade. Hä, die haben doch doch überfallen. Ne, in der Trappe. So wie ich das mitbekommen hab. Ja. Warte mal. Und uns haben so vollgeleitet. Das ist unser Buddy. Oh, einer ist hinter der, äh... Ja. Haben sie halt die Kommunikationsmittel abgenommen? Na, ich sitze in meinem Ding, die Truck drinne ganz so gemütlich. Wo? Kommt einer angefahren? Warte, ich fahre mit der Sportlimo weg und äh, Komponenten. Okay. Ich fahre schnell auf der Halle. Wo ist denn der Halle sitzt? Und da steht doch einer, ne? Ihr seht doch, hinter dem, hinter dem Tempels ist auch ne Laterne. Ja. Und da sind's, da ist so ne braune Hütte und da ist so ne werbliche Hütte. Und da hinter der Hütte ist einer. Ja. Okay. Da sehen wir den Vorhörungen. Aber warte mal bis ich dir schieß, weil irgendwie... Bevor ihr einen Fehler macht, warte mal eben. Ich hab jetzt dem... Golden gesagt, so soll man ins TS wiederkommen. Hallo, hallo. 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 Hallo, hallo, hallo. Schalt's aus? Ich lieg hier im Haus und... Ich sag halt, ich weiß nicht wer das ist. Ich weiß es ja auch so gesagt nicht. Wollen die uns jetzt, wollten die uns überfallen oder wollten die uns nicht überfallen? Die wollten eine Attrappe überfallen, oder? Die ATC, entweder die Attrappe oder Old Uns, ne? Okay, ja, dann haben sie auf jeden Fall... Weil die haben auch gesehen, dass das THW da war, deswegen haben sie halt uns so net geredet. Ja, okay. Egal. Dann erschießen wir es trotzdem. Wo bist du, Thompson? Ähm... Ist der Gordon jetzt doch einer von denen, die da unten sind, nicht, oder? Ja doch, das sind zwei Leute, wo man nicht erschießen sollten und... Und drei Leute... Achso, okay. Wir reden halt den ganzen Tag mit dem Gordon noch, deswegen wartet nochmal mit dem... Könnt ihr halt nicht weg, ich spottet ihr. Ja. Ja, ich kann auch nicht weg, ich lieg halt im Haus, ne? Deswegen... Ja, also, jetzt ist die Frage, bevor jetzt hier die Leute weiter auf die losballern und die töten und die dann rumheulen... Ja, die... Ja, John hat mir gerade gesagt, dass die Cops gleich kommen. Was? Die Cops kommen. Ja, hat der John Smith gerade gesagt, der ist ja hier bei mir im Haus drin. Der hat sogar... Der hat sogar... Der hat sogar verletzt. Die Cops kommen, hast du gesagt, oder? Ja. Ja, der John Smith hat mir gerade gesagt, er hat die Cops gerufen. Und dann kommen sie. Wir haben die vorhin auch gerufen, weil wir da waren, aber die kamen nicht. Wir rennen allerdings neben mir lang. Du bist in einem Truckbox. Ja, der läuft zu der Sternformation. Ja, er hat aus dem Fenster von dem Haus einmal rausgeguckt und hat wohl was gesehen auf einem Hügel, aber ich weiß nicht, wo hier seid, keine Ahnung. Eine Steinformation, wie sie sind. Ja, ich gehe genau hier vor dem Häuschen. Und vom Häuschen... Ich sehe die nicht. Da läuft einer Richtung Ort, der haut ab. Richtung Ort. Ah, ich sehe es. Ich sehe es. Das ist aber umgeworfenet. Ja, ja, ich habe ihn auch gesehen. Der schon mal wo ist er. Bei diesen großen Feldern. Der schon da unten. Der schon da unten. Jetzt hat er sich versteckt. Ja, der schon da unten. Der schon da unten. Der schon da unten. Der schon da unten. Jetzt hat er sich versteckt. Ja, das ist da unten. Und ich bin überhalb von dem. Also wenn der auf der anderen Seite kommt... Ja, dann kannst du da schießen. Der zack, sie uns mal halt. Der gibt es uns Bescheid, wenn die anderen nachflüchten, ja? Das ist das für mich derzeit. Boah, was ist das? Was ist das los? 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 Stopp, 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 stopp. Was ist das los los? Was ist das los? Was ist das los? Was ist das los? Was ist das los? Ich heiße euch alle herzlich willkommen. Was geht nicht hier gerade ab? Was ist das los? Was ist das los? Da ist alle wieder hoch. Na aber und wieder hoch. Wo, wo sind wir? Wo sind unsere Jungs? Wir waren... Das ist der Scheiss, man, alter. Kissen mich! Hey, ich hab wo, man! Was ist das los? Was ist das los? Weiß ich, wir bleiben einfach hier. Was ist das los? Ich sehe den anderen nicht. Ich weiß nicht, wo dahin gerannt ist hinter der Steinformation. Der ist immer noch vor dem Stein geholfen worden. WTF, alter? Atomex! Jo! Lass mal wieder hoch gehen, was machen wir hier? Ich hab keine Ahnung. Ich hab mich rumzugemoved, was soll denn das? Sind wir jetzt allein? Hm? Sind wir jetzt allein? Ja, wir sind allein in Lounge 1 mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, gefühlten anderen 100 Leuten. Jo! Okay! Atomex! Lass mal wieder hoch gehen! Der rennt da schon in der Ortschaft einer mit ner Waffe rum. Äh, 1009! Jo! Willkommen erst nach! Okay, ich sehe jetzt an einem! Der hat aber ne Waffe! Okay! Wo? Ich bin wieder hoch! Nein! Das war fun! Bam! ATC Norman! Ich hab ihn geholt! Den anderen! Oh, der in der Ortschaft unten? Ja! Perfekt! Ja, die schießen von unten nach hoch, die Flieger! Ich brauchte jetzt noch ne Angabe, wo die jetzt noch genau sind! Bei der Wellblechhütte, da beim Händler was ich weiß! Okay, ja, ich glaub ich seh einen! Die haben grad hoch geschossen! Ah, ich hab ihn gehittet! Nochmal gehittet! Ich hab ihn zweimal gehittet! Den anderen in der kleinen Wellblechhütte! Ah, fuck! Info, Einwohner 4! Miguel, Einwohner 4! Auf geht's! Jo! Wählst du mir da! Was war denn das jetzt geil? Keine Ahnung! Der Laubanschittel ist anscheinend weg! Also der ist wenig gestorben, ne? Jo! Der unten in der Ortschaft ist tot! Den hat Miguel weggeschossen! Es ist, ich schießt Orang ausm Haus raus, ich empfohlen! Jo, ich geh mal ein dick weiter runter! Äh, der John hat mir grade halt gesagt, äh, einer ist... Hat wohl irgendeinen von euch da gesehen, direkt vom Haus? Nein, er hat Kurt erwischt! Was? Ich bin gerollt! Lieg im Haus und guck auf die Tür! Er sitzt in ner... Schieß ich rein? Ja! Sie ist gegen die Holztür! Er sitzt in Verlängerung der Tür in der Hausdecke! Ja, ich kann nur so einschießen, wie ich ihn reingeschossen hab! Mehr geht nicht! Bist du noch? Wo? Wo ist der zweite? Bist du denn? Ne, keine Ahnung! Das war ganz... Wo ist denn der Thompson? Der ist gegenüber von uns im Löwen! Ja, jetzt nochmal, dann können wir den TS! Schieß du grad einfach! Das bin ich! Ich hab keine Munition mehr! Da bin ich da! Da bist du jetzt! Moment! Ich bist da geschossen, oder? Ich hab eine geschossen und den anderen hab ich angehittet! Den, in der Wellblechhütte! Okay, weißt du welche Seite? Ähm, ich sag euch erstmal meinen Standort! Ja, deinen wissen wir, der ist da rechts oben! Also ich probier die grad ein bisschen runterzulauchen, damit ich in die Tür... Du sagst, wenn der wieder zur Tür, ja zum Fenster geht, ja? Zum Schießen! Ja, also der liegt, der liegt da halt jetzt... Warte, warte, warte! Okay, 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 okay! Der hat auch keine Waffe mehr in meiner Hand! Jetzt sitzt du schon bei uns im Auto! Waffe ist Auto! Okay, ich hab den in der Hütte! Das war's dann, oder? Nein, da ist noch einer bei ihm, in der der Hütte ist noch einer drin! Da ist noch einer drin! Sag, es wird sich ergeben, oder wir stürmen das! Es wird sich ergeben und Waffe auf den Boden legen! Sonst stirbt der auch noch! Also ich lauf jetzt mal zu dem Ersten, den ich erschossen hab, in die Stadt rein! Ja! Sagst, wer wär's denn das bei dem im Haus? Gordon, bist du das? Ja, ich bin da drin, ich lieg da noch in der Ecke! Ja, dann sag ihm, es wird sich ergeben, oder wir erschießen einen! Ja, der ist tot! Na ja, und in dem anderen Haus, in dem Steinhaus? Keine Ahnung, wo hier noch einer ist, also... Da ist doch der John Doe drin, oder? Ach, der ist oben im Channel drin! Hast du den vielleicht irgendwo anders zu kontaktieren? Ach so, ja, ich... Der checkt's nicht, dass er nicht labern kann, wahrscheinlich! Na, ich hab ihm gerade angeschrieben bei Steam! Ist ja mein Kumpel! Keine Ahnung, in der Antwort aber gar nicht! Ich bin noch drauf! Ja, der ist tot, der liegt hier vor mir! Ja, der ist tot, der liegt hier vor mir! Ja, wohin ist dann da jemand? Keine Ahnung! Das waren doch mehrere, oder? Ah! Da ist er aus dem Auto! Bei uns im Auto! Ja! Was ist das für einer? Der hier liegt? Nein, bei uns oben! Alles so, du musst... Wer war denn das? Wer war denn das? Keine Ahnung! Ja, der hier liegt noch! Der hier liegt noch! Rainer Müller! Rainer Müller! Wo steht euer Auto? Wo steht euer Auto? Gegenüber am Berg! Und warum genau hat er mich abschaffen? Wenn wir mir schon geschossen haben, der darf er schießen! Also, die eine Leiche ist schon teeswornend! Ich bin auch aus! Da hinten im Steinhaus liegt keiner, denn sonst... Doch! Ich! Ich! Kannst du mich mitnehmen hier im Truckboxer? Was ist mit dem da? Der ist tot! Wir bauen auf jeden Fall ein Gefährt, weil jetzt kommt noch ein Heli! Also, kann derjenige, der vor Ort ist, kann der die Waffe von dem anderen mitnehmen? Lol, da hat er zwei Bankort! Ja, ich nehme es mit! Wo müssen wir hin? Wir bauen ein Fahrzeug auf jeden Fall! Der Offroader ist nicht offen, oder? Können wir hin zu der Handy runter? Der Tempest kennt doch keinen Reichen, oder? Ja, das ist meiner, ja! Ja, doch, steig rein, vorweg! Ja, nur! Den hat der Wellblechhütte, hast du erschossen, hast gesagt, oder? Ähm, ja! Wenn es die Wellblechhütte war! Der liegt am Eingang! Also, wenn man in die Tür reinkommt, rechts! Ja, das ist kein Wellblechhütten! Na, da ist keiner mehr! Ja! Du hast doch für den Truckboxer einen Schlüssel, oder? Ja! Gib mal den mir an Billy Burton! Irgendwann, wo bist du? Ich sitz, äh... Oh, er ist da! Er fährt weg! Oh! Wer ist denn denn, wer ist denn da drin in der Truckbox? Äh, mein Kumpel! Der lässt uns mal mitfahren! Ja, den können wir nicht! Ich steig mal in den Tempest an! 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 Da können wir uns hinten drauf sitzen! Jo, ich komm, ich komm! Wo bist du? González? Du hast eh den Sportboxen, oder? Ja, ich... ...publieg dich da... ...zu erreichen! Okay, ich verweidern! Wollt ihr nie fahren? Ja, von mir raus hast du gefahren! Soll nicht um links irgendwo! Ist der Händler jetzt wieder safe? Ja! Ja, Trappel! Ja, Trappel, du kannst verkaufen gehen! Da ist keiner mehr mit Polizei! Ah, okay! Die wollen nicht überfallen, oder? Der Trappel! Ja, ich glaub, die wollten uns auch überfallen! Aber das habt ihr ja schon gemacht! Na, irgendwie haben die gewettelt wegen nach ner Waffe! Hier ist er da! Ja, vor, vor! Das hat er mir gewesen! Nur hier vorbeikommen, was er! Er kann mir einfach schnell safen, oder? Riesen! Ja, lass uns da einfach mehr aufstecken! Warum er da gehört hier? Keine Ahnung! Der ist abgestattet! Vielleicht hat er vorhin schon da... Hier kommt ein abgedeckter Tempest langgefahren! Ja, der ist vor der Trappe! Na gut! Achso, ja! Geht so aus! Indem in das Auto doch krank! Also, wir können hier zusammen alle Trappel! Wo ist der, 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 der Tops? Ich bin jetzt gerade auf der anderen Seite wieder runtergefahren, einfach mal aus der, gefahrt so ne, raus! Servus! Ja, ma! Wer ist in Deutsch? Ist der im Chat? Ja, okay! Wer lebt! Ah, das soll doch gar nichts mehr machen! Nee, das kann gar nicht mehr! Wieso? So? Soll ich die Vertrappe jetzt auch noch safen? Ja, wenn's geht! Wenn du... Wenn du... Also sind die Cops eigentlich noch hier jetzt auch? Du, die sind bei dem Hügel, wo wir oben waren! Wer ist er? Also auf der... Also auf der Seite von, äh, Kavala kommt, oder? Auf der Fall! Gut, Frau! Okay, weil ich bin nämlich auf der anderen Seite! Really? Was nun, Frau? Obwohl, wenn die Cops eh da sind, dann wäre ich eigentlich nicht selten! Ich hab, ähm, ich hab ihn nicht aufgeregt können! Du kannst wegfahren! Warte, ich geb dir noch schnell deinen Pressluft, wenn wir da stehen! Ja, das ist zwar nicht meiner, aber kannst du mir geben! Ja, gehört schon! Ich geb ihm den dann! Keine! Ausgeregt, oder? Ja! Keine! Gehen wir doch gegen eine Tappe einladen! Ja, kann ich schon! Gehen wir mal in den Berg da hoch! Dann... ...sollt uns der... ...der Thompson abholen! Aber das ist ja vielleicht, wir mussten nur noch warten! Okay, da rennt einer... ...am Berg rauf, aber ich glaub nicht, dass es... ...Kopp ist! Oder seid ihr das grad? Zwei Stück! Wir! Versetzt los! Ja, der... Ich glaub nicht, dass er uns sekt! Von da... Ach, pinker... ...Dings, oder? Vom pinken Auto! Nein, nein, da haben wir nicht! Wir haben eine Richtung Eisenmine! Ja, aber... Äh... In der Nähe vom pinken Auto, da ist einer... Nein, nein! Wir haben eine direkt Richtung Eisenmine! In der Nähe vom pinken Auto hat vorher jemand Alessa erschossen! Das war ein Cop! Jo! Mann, Bulle! Da hast du grad dein Auto aufgesperrt, oder? Da... Nein, das war schlecht! Oh, fuck, fuck, fuck! Hier sind die Cops! Hier sind die Cops! Wo sind die? Oh! Ich seh's grad! Du bist ja oben auf dem Hügel! Zwei Stück! Ich kann's schießen! Ja! Helfen! Nee, nee! Warte, warte! Ich komm wahrscheinlich weg! Einen Schuss hab ich gemacht! Jetzt rennen sie rum wie die Ameisen! Wo müssen wir... Wo sie hinschauen einfach? Nord! Ähm... 10 Grad! Die stehen offen mit dem SUV! Einer ist hinter den Hügelrand! Nach Nord! Einer steht noch beim SUV! Am Heck! Buch! Ist doch da, ja! Ich bin jetzt die Eisenmine! Ich bin jetzt die Eisenmine! Ich bin jetzt die Eisenmine! Hm? Soll ich euch mitnehmen, irgendwie? Moment, wir schießen die Cops weg! Dürfen? Ah, ja, kann nicht so! Wir haben der Lesser erschossen! Was? Wann das denn? War ja! Ich seh ihn! Ich weiß nur nicht wie viel Meter! Aber hier schießt auch irgendjemand? Ja, ich! Ich da grenzt! Ich bin jetzt in der Stadt beim Stahlhändler! Achso, wir sind davor! Die Kurve! Auf der... Eisenmine Seite! Wir sind direkt über der Eisenmine! Okay, dann war's eh das... Okay! Aber wann haben die die Alesa erschossen? Weih, schau mal! Ganz am Anfang eigentlich schon! Ich hab den Rifen zerschossen hinten! Wo ist denn der zweite von denen ich passten? Die sind beide hinter dem Hügel da, bei der Mauer. Der eine ist ein bisschen weiter rechts gewesen vorhin. Und der zweite ist da, wo das Mauerstückchen wird. Komm mal zu mir, John! Geh mal wieder runter, oder, Will? Warte, ich komm gleich mit der Sportlimo hoch! Wo seid ihr genau? Was denn? Links, rechts... Direkt neben E von Eisenmine, in der Mitte, da wo unten... Ja, okay, ist beschissend. Hey, musst du mich eigentlich schon hören, oder? Ja! Ich nicht! Doch, er kommt von vorn nach... Nein, nach rechts, voll weiter nach rechts! Rechts, rechts, sieht's grad aus! Wie ist der denn? Ja, da, in vorn bin ich! Sehst du mal? Links jetzt! Da! Ich bin links von hier! Ja, dann! Schneck rein! Nehmen die Cops noch? Oh! Oh! Ja! Ja, die leben noch! Auf der Treppe... Auf der Treppe... Wir haben auch eine SUV hinter Reifen zu schossen... Jetzt sind halt's eingestellt wahrscheinlich... Der Treppe bist du, oder es klappt? Lässt du dir an, ich bin am ATM... Okay, passt! Okay, passt! 1,2 Millionen! 1,2 Millionen! Ja! Ja! 3,2 Millionen! In der Tatut ist kein Reifen! Doch... Also ich bin neben mir noch am Anfang! In der Tatut ist ein Schast!